Ja, hallo, da ist der Walde und der René. Wir sind heute wieder zusammengefahren. Hatten einen tollen Tag. Ich habe einen kleinen Plattfuß gehabt. Also die Strecke war heute absolut top aus. Der Track war absolut top. Sehr gut präpariert. Strecke war gut. Wetter war gut. War trocken. Vergangene Nacht hat es ein bisschen geregnet in der Wetterschutzwürde. Der Tag selber war trocken. Wir sind jetzt ungefähr 10 Kilometer vor dem Brocken. Also morgen früh, vor dem Frühstück, werden wir den Brocken erklimmern. Heute sind wir 146 Kilometer und 2860 Höhenmeter gefahren. Kraut haben uns vorhin, dass der Stefan angerufen hat. Der ist schon über dem Brocken drüber. Ist ein bisschen einsam auf dem Campingplatz, aber macht ja nichts. Gestern war er noch bei uns. So spielt nun mal das Leben. In diesem Sinn, macht es gut allerseits und bis morgen dann. Tschüss.